Jo, hi, jetzt zurück zur Division. Ja, ja, ich komm gleich rüber. Ich bin hier, ich muss nur kurz gucken, Hates Kitchen ist es, glaube ich, hier. Hates Kitchen Safe House. Ich hab hier, glaube ich, auch schon alles klar gemacht. Ja, okay. Also, ich hab auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen weitergezockt hier, kleinere Sachen gemacht. Bin jetzt Stufe 15, oder auf dem Weg zu Stufe 15, weiß ich gar nicht. Jo, und wollte jetzt, mit euch diese, wollen wir es hier, die Session hier spielen. Unser Hauptverdächtiger? Wir haben herausgefunden, wo er wohnt. In diesem Wohnkomplex in Hates Kitchen. Sie müssen da rein und alles sichern, was eine Verbindung bestätigen könnte. Notizbücher, Festplatten, Laptops, was immer sie finden. Aber weil es ja nie einfach sein kann, gibt es da auch noch Zivilisten. Und das bedeutet, die Cleaner sind unterwegs, um alles zu sterilisieren. Wenn Amherst nicht der Richtige ist, fresse ich meine Zentrifuge. Seine Arbeit hat höchste Priorität. Wir können die Zivilisten nicht ignorieren, Doktor. Wenn wir dieses Virus nicht entschlüsseln, bleiben keine Zivilisten zur Rettung übrig. Arno, lassen wir sich ihren Bereichs. Sie haben ihn. Du gehörst hier nicht her. No. Du hältst nicht durch. Ach, was ist das? So, Pech gehabt. Echt, der Nerven nimmt mich hier schon gleich ab. An der Stelle. Oh, geschützt kaputt. So. Gehen wir mal hier weiter. Clinton, okay. Okay, dann müssen wir nur noch da hin um die Ecke, ne? Nee, geht schon rein. Okay. In dem Komplex scheint es zu brennen. Wir müssen die Wohnung des Verdächtigen durchsuchen, so lange es noch geht. Des Verdächtigen? Sehr lustig. Unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Bitte. Ich kenne den Typen. Diese Cleanerschweine haben eine kollektive Psychose. Offensichtlich geht das gut. Okay Ah, da kommt noch ein Kollege Uh Oh shit So ist die nachladen will er nicht, ne? Sehr gut Okay Okay Den haben wir auch Ja 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 Okay Ja 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 Die haben noch nicht alles abgefackelt, Gott sei Dank. Ich würde gern mal mit einem dieser Cleaners reden, teils um rauszufinden, wie sie ticken und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es mir sagt. Er muss! Los, los, los! Ah, da habe ich noch nicht aufgepasst. Oh, shit, die. Ich würde gern mal mit einem dieser Cleaners reden, teils um rauszufinden, wie sie ticken und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es mir sagt. Okay. Jetzt erkennt man hier natürlich gar nichts. Oh, der kommt raus. Oh. Oh. So, das war eine kleine Sackgasse. Shit. Na komm. So, das war eine Warte. Das war eine Warte. Na komm Ok, den Kollegen haben wir schonmal weg Schönen wir nach Tibet So, jetzt mal hier hin Die anderen sind drüben, ne? Äh, dachte ich zumindest Shit Ah, Idioter So, der sitzt auch noch dahinter Na komm Super aufgepasst Mann, Mann, Mann So, also hier durch Da kann ich auffüllen, sollte ich vielleicht erstmal machen, ne? Okay So Geht's hier irgendwo weiter da hinten lang einfach Hm Oh Ah, den hab ich ja mal grad übersehen Sniperman Kapack Ich habe Amhursts Wohnung Sie ist auf der anderen Seite des Hofs Aber es sieht so aus, als wäre der direkte Weg versperrt Sie müssen einen anderen Weg finden Bitte Du willst nicht kommen Bitte Du sie nicht Nein Okay Hier irgendwie drauf oder was? Nein Ich weiß nicht Ich komm alle drüben Oh Gott, nein, nein Ihr seid hier Ihr seid hier Ihr seid hier Hm, okay Da mal hin Könnte sein, dass sie weg sind, ich weiß es nicht Könnte sein, dass sie weg sind, ich weiß es nicht Wir schicken jemanden, um die Überlebenden einzusammeln und herzubringen Sie machen ihnen den Weg frei, also gehen sie einfach weiter Okay Checkpoint, das ist schon mal nicht so schlecht Ups Ups Ihr versucht an der Überträgerin zu entkommen Okay, Nummer 1 Nummer 2, sehr gut Nummer 2, sehr gut ulus Schüt Meer Schüt Schüt Nummer 2 Nummer 2 Okay. Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Du bist doch schon so. Reise! Okay, du auch. Die Wohnung ist über ihnen. Amherst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Okay. Oh. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Okay, hier rauf. Da oben rein. Irgendwann. Nö. Klettern. Komm hier rein. Nö, wir werden noch weiter hoch. Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert. Aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn Sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird dir noch träumen dürfen. Blendgranate. Sehr schön. Ihr will hier ein Virus finden. Muss er höher oder was? Sieht so aus. Okay, hier rein. Flip. Ich hoffe, Sie haben, was wir suchen. Es hat höchste Priorität, also schicke ich Ihnen ein Helikopter. Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Upsi. Okay, Dach sichern. Hier kann ich auffüllen. Okay. Auf geht's. Wo kommt er? Ich muss hier rüber. Okay. Auf geht's. Boah, Schachse. So, ich bin nur noch ein. Hmmmm. So, das ist es. Okay, number one. Okay, come on, that's not all, right? Hello? Okay, let's go. Okay, that's safe. Heißt du wirklich alles wegmetzeln? Weiter so, Agent. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Okay, will ich hier runter oder was? Ich weiß es nicht. Schauen wir schon. Ach shit, hier würde ich ja nicht reinfallen. Okay. Einfach rüberlaufen, verstehe. Okay. Okay, hier rauf. Wo sie überall rauskriechen. Okay. 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 It's not aere. Okay. 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 Ja, sehr gut. Und jetzt... Oh. Ja, sehr gut. 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 Ach, komm. Ja, sehr gut. 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 Ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Das war's für heute. Das war ein Sniper, ey. Das geht gar nicht. Okay, zum Glück. Das war ein Sniper. Ja, sauber. Gerne. Das war ein Sniper. 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 Okay. Okay. Das war ein Sniper. Okay. Das war ein Sniper. Das war ein Sniper. Das war ein Sniper. Okay. Das war ein Sniper. Das war ein Sniper. Das war ein Sniper. Das war ein Sniper. Das war ein Sniper.